So, ich starte direkt das Video wieder, was ihr gestern gesehen habt, schöne Grüße aus Amsterdam. Jetzt fängt gerade richtig an zu regnen. Ist hier natürlich wieder sehr, sehr nice. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich mich unterstelle. Gestern habt ihr das Video schon gesehen. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu gucken. Ich muss mich unterstellen. Es fängt richtig an zu pissen hier, verdammt mein Haar. Habe ich alles. Irgendwo wir gerade 5 Minuten unterstellen. Die ganze Kamera wird schon wieder nass. Stativ, alles am Start. Und wir sehen uns nachher an, nach dem Intro. Und nach dem Regen hoffentlich. Oh mein Gott, fängt an zu pissen jetzt. Komm, ich finde, ich warte, wo man sich unterstellen kann. Ah, ich sehe schon ein Schirme. Okay. So, listen, I need you to hear. And don't show anything. I've been flying from town to town. From London to Taiwan. I've been all around the globe. Trying to protect your soul. Ja Leute, das war mit den Lichtern. Jetzt waren eben die Lichter ausgegangen. Es hat gar nicht mehr so schön. Auf jeden Fall beginnt gerade der Morgen. Die Stadt erwacht. Es sind alle unterwegs. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Dann müssen wir in Deutschland sein. Und die alle mit dem Fahrrad auf die Arbeit fahren. Die macht halt jeder. Das ist voll normal. Aber alle ohne Licht. Das ist sehr interessant. Seht ihr mal Hintergrund hier jetzt. Müsst ihr in Deutschland mal geben. So was. Wir fahren alle mit dem Fahrrad hier. Das ist ja ganz normal, gell? Tja, Amsterdam. Es Lantern. War da. May ik eine Woche jetzt logisch? Wer ist foundation? We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight! We are heroes tonight! We are heroes tonight and겼. Ja Leute, ich wollte mich noch mal melden. Also mir geht es ganz gut. Ich bin viel laufen jetzt. Ich habe viele Aufnahmen für euch gemacht. Im Hintergrund seht ihr auch noch geile Sachen. Da gehen wir erstmal hinten rüber und schauen uns das mal an. Ja Leute, ich hoffe die Tour gefällt euch. Also ich bin hier sehr fleißig am Aufnehmen. Natürlich nicht alles mit der großen. Die hängt hier rum und hat das 50mm Objektiv drauf. Das Weitwinkel habe ich noch dabei das Zoom Objektiv. Das Problem ist hier, ich will so viel sehen. Deswegen renne ich einfach rum, gucke mir alles an und das ist ein bisschen viel. So Leute, ich bin am Hafen und wir fahren jetzt mal mit der Fähre. Und jetzt ist die ganze Zeit, die hier sind geiler, ich bin super gut. Und jetzt sind wir die Hände. Ich bin sehr schön und BEIKEicion. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr hart. Und diese sind schon sehr hoch. Ich bin sehr giờ. Ich bin sehr hart. Ich bin sehr, sehr hart. Musik Memories die out too hard That we were traveling in mountains Just to find out how to seize We're set down by the fire Know that we're calling higher But we didn't know that yet So if you want something to hold on So gotta find it first But here I am Cause I've been laying under palm trees Waiting for the summer Knowing there's nowhere to go Cause I am happy on this island Wanna be my fondland I don't ever want to leave I'm in a tropical I don't ever want to leave I don't really want to leave Outro And I'm cold I'll have to find out the land I don't know The river Is the river It's a river It's a river And then it's a river And there's there And there's there At the river So, da haben wir doch wieder einiges gesehen, oder? Ich gehe jetzt hier noch ein paar Meter, ich will mich noch hinter eine reine Schifte gehen. Aber etwa in 15, 14, 13, 12, was weiß ich Minuten fährt die Fähre wieder zurück. Ich werde das schon gerne holen, weil ich will noch mal in die Stadt gehen. Ich brauche unbedingt einen Kaffee. So Leute, das war mit dem Video hier aus Amsterdam, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich bin fix und alle, das könnt ihr mir glauben. Eine schöne Stadt auf jeden Fall. Ich komme noch mal gerne wieder. Ich gebe dem Video dafür einen Daumen nach oben. Und ich hoffe wir sehen uns bald wieder. Macht gut, bis in der nächsten Stadt. Bis in der nächsten Stadt. Macht gut Leute, schöne Grüße aus Amsterdam. ? ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020